Guten Tag, mein Name ist Peter Urban. Ich leite seit 18 Jahren die Abteilung für Neurologie in der Askleplus-Klinik Barmbek. Wir sind eines der größten Akutkrankenhäuser in der Hansestadt und auch entsprechend einer der größten neurologischen Abteilungen. Wir versorgen das komplette Spektrum neurologischer Erkrankungen und haben auch Schwerpunkte. Wir sind als überregionale Stroke-Unit zertifiziert. Wir haben einen Parkinson-Schwerpunkt und sind als solches als einzige Klinik, als Parkinson-Spezial-Klinik von der Deutschen Parkinson-Gesellschaft zertifiziert worden. Und wir haben zudem noch einen neuromuskulären Schwerpunkt, sind als neuromuskuläres Zentrum von der Deutschen Gesellschaft für Muskelerkrankte und von der Deutschen Myosthenie-Gesellschaft zertifiziert worden. Und wir haben seit einiger Zeit auch einen weiteren Schwerpunkt noch integriert, nämlich die multimodale Schmerztherapie für Patienten mit chronischen Schmerzerkrankungen, in der Regel im neurologischen Bereich.